Sie haben niemanden gerettet. Sie haben keine DNA. Was ist ein Problem? Computer, die Anfängerung der Anfängerung. Sieppert, der Human Spectre. Anfängerung der Anfängerung. Bitte inputt neue Daten. Biometriebe Anfängerung. Good day, Commander Shepert. Wenn Sie mich entschuldigen, Normandie braucht es. So, ich sollte gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ich glaube, das ist wo die Legenden sterben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich sage viel coolere Sachen. Ich bin mehr überzeugt als er ist. Ich bin mehr in Kontrolle. Mit mir ist es eher so, das ist alles für jetzt. Spesiert wie ein Krogan. Show ihm, wer ist es. Wahrscheinlich nicht viel Geld in hier. Eine Stunde, wenn wir Glück haben. Oder manchmal, ich spreche mit Ihnen später. Weil Sie wissen, was ich nie? Ich habe ihn nicht mehr. Schepferd, bitte. Warum sind Sie mehr über das? Hm? Oh. Glyph, Sie sind noch da? Ja, Commander. Unlock this damn thing and go find the others. No one steals my shit. Not even me. I've got room for Shepferd plus two. And figure it out fast, because the other Shepferd is stealing my ship. Ich finde es übrigens lustig, dass der, dass der Handabdruck aktualisiert werden kann, während der andere Shepferd seinen Hattenschuh noch trägt. Was? Ich habe es gehofft, zu kommen. Ich höre Sie. Sie scheint nie zu erledigen. Der Joker wird für Sie zurück. Ich versuche es. Sie sind alle neidisch. Sie sind alle neidisch. Das ist, warum ich mich Schorlieb liebe. Ich versuche, Sie parken das Land für fünf Minuten. Ich versuche, Sie beantre, 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 alle die Komm-Line in der Nähe sind. Wahrscheinlich, um es einfacher, für sie zu stealen meine船. Wir werden sie verraten. Selbst wenn wir die Normandie verlieren, können wir nach der Kanzel und prüfen, Sie sind die Real Shepferd. Nein. Sie verraten die Logs für seine Biometrics die offizie. Wir können nichts prüfen. Ja! Das! Können wir alle sagen, dass es es einfacher, nicht zu lassen, die Normandie zu lassen? Eine Art oder andere, wir nehmen diesen an. Das stimmt. Sie beantre, Sie beantre, Sie beantre, Sie beantre, Okay, Systeme Citadel sind in der Fahrt. Any closer, wenn sie öffnen, Sie beantre, Sie beantre, Sie beantre, Sie beantre, die anderen. Genau. Sie können nicht weit entfernen, aber die sie beantre, die sie kenne. So, Brandmunition. Sollten sie auch sein, aber sowas klappt nicht. Wir müssen die Normen, die die Normen übernommen werden. Wenn wir uns übernommen haben, gibt es eine halbe Stunde in Preflight-Checks. Sie können einfach den Entschluss und gehen? Vielleicht sollten wir die Preflight-Checks übernommen. Ich bin stark übernommen. Send eine Wartung zu den Normen. Wir können nicht. Tontos sind geblieben, remember? Dammit. Ihre eigene Kommunikation, das ist irgendwie dumm. Das ist ein Schöpfchen, das ist ein Schöpfchen, das ist ein Schöpfchen. Shepard hat einen Klon, das macht Sinn, wenn du darüber nachdenkst. Ich kann später noch mehr erklären. Für jetzt ist es geöffnet. Die Fahrzeuge sind online, sie sind überraschend. Ist noch jemand, der uns helfen kann? Nein, ich war nur da, weil ich mit den Normandie-Retrofits auf der Erde geholfen habe. Alle anderen sind auf dem Schöpfchen. Ah, du Arme, du hast keinen Urlaub. Okay. Du kennst das Schöpfchen in und aus. Kannst du mich in? Es gibt eine Erkrankung für die Erkrankung für die Erkrankung. Es sollte genau hier sein sein. Manuell locken. Und es ist nur geöffnet von der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Any ideas? Von dieser Seite, eine sehr präzise Mass Effect field, vielleicht. Die Normandie-Retrofits auf der anderen Seite. Wenn du mir gesagt hast, dass eine Schöpfchen wird die Normandie-Retrofits auf der anderen Seite. Ich wäre sehr skeptisch. Ich bin aus. Das wird auch nicht möglich gemacht. Es geht einfach. Dann kommt das in die Schöpfchen. Es geht auch nicht. Die Schöpfchen. Ein Schöpfchen. Die Schöpfchen wird nachfolgt. Normandy Register Perimeter Access Alert. One of the security hatches. In? Where? Unkann. When we shut down the AI, we disabled a lot of security systems. Shepard could be anywhere on the ship. Shepard is standing right in front of you. Are we clear? It's better this way. Wouldn't you rather take him down yourself? Armory. Find him. Slow him down. Pretty sure we broke Trainers toothbrush getting the hatch open. Remind me to reimburse her for that. I'll make a note of it. Ja, scheiß mal auf Brooke. Wollen wir mit einer Pinzette entschärfen? Ja, ja. Get off my tail. Wir haben gerade eine Luke mit einer Zahnbürste geöffnet. Also wer ist jetzt hier, MacGyver? Ich will nicht mehr mit dem Problem gehen. Find Shepard. The real one. Hey, what do you mean by sitting down? We thought to kill Shepard if we have to, right? He said slow him down, because he thinks we're cannon fodder. Oh. Oh. Shit. Watch out there here. Rex, du stehst im Weg. Flexible Primärwaffenkunden. Edie, this is the real Shepard. I need you to lock down the Normandy. Can you help us out? Edie? Do you copy? Guess she's got problems of her own. Let's get to the cargo bay. Nein, das ist gerade drei Credits. Und hier liegen einfach mal 15.000 rum. So, anyone want to talk about their people's history? Nope. So I'm the only one who misses when we used to chat in the elevators back on the Citadel? Yep. So disappointed. Well, that's creepy. You want to stop shooting up my ship? It's not your ship. It will be. I've taken your name, your specter rank, even your fingerprints. And then you left me to die. Only I didn't. You think fake fingerprints are going to fool the Council? Or hack it? How's that big plan looking now? Oh, that's kriegen wir hin. Wo ist sie? Was wohl ist, er kann alles, was ich kann. Woa. Was geht hier ab, man? Zwei Commander Shepherds, das geht nicht. Wenn sie sich berühren, dann explodiert das Universum. Ich bin fällt mir hin. Woa. Das war's für heute. What the hell's going on up there? Get us out of the Nebula and jump to FTL. We can't. A Skycar keeps blocking our path. Then shoot it! We need to stay within 30 degrees of the nose to block course plotting. That makes us a perfect target. No, that makes us the bait. Do you want me to drive? No. Niemand schießt auf meine Freunde. Nicht einmal ich. Nicht einmal ich. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Schau dich an! Was macht dich so speziell? Warum, du und nicht ich? Hang auf! Wir haben dich! Vielen Dank. Was ist das Pie-Jab? Hier, nehmen meine Hand. Und dann? Und dann leben Sie? Für was? Für was ist das Pie-Jab? Für was ist das Pie-Jab? Oh Gott, die wird sich sowas von befreien. Für was ist das Pie-Jab? 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 Ich bin leid. Ich bin leid. Ich bin leid. Für was ist das Pie-Jab? Ich bin leid. 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 Ich bin leid.